Wenn ich irgendwo hingehe, auf eine Party, zum Bäcker, Familienfeiern oder, 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 dann passiert immer das Gleiche, ich werde auf meine Stimme angesprochen. Und wenn ich dann auch noch sage, hey, ich bin Sprecher für Werbungen, Hörbücher, Dokus, Imagefilme, Produktvideos und so weiter, dann, ja, dann geht's los. Sprich mal was, was hast du schon gesprochen und so weiter und so fort. Die Leute erkennen dich, die merken, hey, die Werbung habe ich schon mal gehört auf ProSieben oder sonst irgendwo und da bist du wie ein kleiner Promi. Und ich muss sagen, es ist witzig, ja, ich genieße das logischerweise auch und viele meiner Teilnehmer natürlich auch, das ist super geil, weil Sprecher sind wie so kleine Einhörner, ja. Jeder kennt die, jeder Einzelne. Jeder weiß, was Synchronsprecher oder Sprecher an sich sind. Jeder weiß, was die machen, aber niemand hat jemals einen in echt gesehen. Und dann sieht man einen, ja, und der hat eine geile Stimme, aber du kannst dir bei dem Aussehen gar nicht vorstellen, dass die Person sowas macht. Ja, ist bei mir ganz oft der Fall. Die Leute denken ja nicht, dass aus mir so eine tiefe Stimme rauskommt, ja. Das denkt keiner. Und das ist einfach direkt eine kognitive Dissonanz, nennt sich das. Das heißt, das, was man erwartet, passt gar nicht mit dem zusammen, was man bekommt. Ja, und deswegen ist man wie ein kleiner Star. Das heißt, kleines Beispiel, ich war letztens auf einer Party, ja. Auf dieser Party, da waren Kunden da, von mir, Sprecherkunden, die, für die ich gesprochen habe. Ein Podcast-Intro oder ein Outro, Imagefilme, Erklärvideos, Anrufbeantworter, alles Mögliche. Und da gibt es ganz viele, die kennen mich, weil ich der Sprecher bin. Also es gibt da einfach sehr viele, die dann auch miteinander reden und sagen, ey, guck mal, da hinten ist der Patrick, der hat für mich meinen Anrufbeantworter, mein Podcast-Intro oder sonst irgendwas gesprochen. Und da kommt man ins Gespräch, ja. Also ich hatte da zum ersten Mal diesen Effekt von, das Gefühl zu haben, jemanden vergessen zu haben. Dabei kennt dich die Person, weil über dich geredet wird, weil du der Sprecher oder die Sprecherin bist. Das heißt, ich war auf dem Klo und dann kam einer rein und es war, ich war gerade so am Hände waschen, der meinte so, ah, hi, Patrick. Und ich dachte so, hä, wer ist das? Jetzt habe ich irgendwie den Namen vergessen oder so. Und ich so, ah, hi, was geht? Wie geht's? Alles gut? Und das ist halt echt witzig, weil ich habe diese Person hundertprozentig noch nie gesehen, weil ich erinnere mich an Gesichter und ich erinnere mich auch sehr gut an Namen. Und das ist so dieser Sprecher-Einhorn-Effekt. Du bist einfach wie ein kleiner Promi. Alle finden dich cool. Und wenn du wirklich mal auch nur ein Hörbuch eingesprochen hast, das ist auf Audible, dann ist es vorbei. Weil die Leute können sich nicht vorstellen, wie das funktioniert. Vielleicht kannst auch du dir das gar nicht vorstellen. Hörbücher auf Audible rauszuballern ist easy peasy, gar kein Problem. Glaub mir, bringe ich dir sowieso alles bei, auch bei uns in der Ausbildung. Und wenn du da auch nur ein Hörbuch einsprichst, der Fuchs und seine Freunde, ja, irgendein Kinderbuch. Und das gibt es auf Audible und die Leute fragen mich, echt, hast du schon was gesprochen? So, ja klar, geh mal, google mal meinen Namen. Oder geh mal auf Audible oder auf Amazon, geh mal meinen Namen ein. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Da bist du Gesprächsthema Nummer eins, wenn du es möchtest. Du musst ja nicht sagen, dass du Sprecher bist. Und ja, ich finde das lustig. Ich genieße das. Und wollte einfach mal so diese Storyquotes hier nochmal so mit euch teilen, dass mich Leute ständig darauf ansprechen, wenn ich auf irgendwelchen Feiern bin. Und es geht Teilnehmern von mir ganz genauso. Das heißt, egal wo die hingehen, wenn du dir mal ein paar Interviews anschaust, die erzählen das ja immer wieder. Du bist Gesprächsthema bei deiner Familie. Weil das ist ja auch ein geiler Job einfach. Niemand kann sich was darunter vorstellen. Alle finden es geil. Alle feiern es total. Und ja, du lebst davon und verdienst dein Geld damit. Und das ist eine geile Sache.